Musik Das Besondere an Fotografie, an das Foto ist für mich der Traum. Und wir verkaufen natürlich Fotos, aber im Prinzip handeln wir mit Träumen. Wir haben sehr viele Stammkunden und ich freue mich auch sehr über jede neue Stammkunde, die ich hier gewinne. Wir haben die Kunden erst bei den digitalen Techniken herbeiführen müssen. Das heißt, man muss vielen Kunden auch den Mut geben, um an die Geräte zu stehen, dass sie auch Spaß daran haben, damit sie zu einem greifbares Foto kommen. Hier in unserer Produktion fertigen wir sämtliche Digitalprodukte, die Fotodose vertreibt. Das ist angefangen vom 9x13-Digitalfoto bis hoch zum allseits bekannten Fotobuch. Jedes Produkt wird handgefertigt, bis auf wenige technische Hilfsmaßnahmen. Um ein Fotobuch zu erstellen, sind sehr viele Arbeitsschritte notwendig. Beginnen tut das Ganze mit dem Druck, dann die Veredelung von den Buchinnenseiten als Hochglanzversion. Anschließend kommt erstmal das Zurechtschneiden dieser Drucke. Der nächste Schritt bei uns ist, dass wir unsere Bücher nähen. Nach dem Nahtbinden gibt es noch weitere Verarbeitungsschritte, unter anderem die Erstellung des Covers. Wenn diese Schritte dann zusammengeführt werden, ergibt sich die Fertigstellung des eigentlichen Buches. Die Qualitätssicherung bei uns im Hause wird über jeden einzelnen Mitarbeiter definiert, da wir fachausgebildete Mitarbeiter haben, zum Beispiel Fotografen, Fotomedienlaboranten und somit vom Produktionsbeginn bis Ende für diese einheitlich gute Qualität garantieren können. Das Besondere sind eigentlich die kurzen Wege bei uns im Unternehmen. Und dann können Sie eben dann hinausarbeiten.